So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe es ja im 10 Uhr Video heute schon gesagt, dass heute 15 Uhr noch ein weiteres Infovideo kommen wird. Denn erst ging es ums Eierlei Zugangsticket, jetzt geht es um die Februar News. Das ist eigentlich immer das interessanteste zu wissen, was passiert in den nächsten Monat. Die meisten Leute freuen sich dann immer über die Raids. Die Rampenlichtstunden sind natürlich auch immer interessant. Heute am Dienstag ist zum Beispiel auch eine richtig geniale, krasse Rampenlichtstunde mit Tarnpignon, mit ganz viel Staub. Da könnt ihr mit dem doppelten Staubbonus und dem erhöhten Staub von Tarnpignon und so weiter, plus einem Sternstück, da könnt ihr hier pro Pokémon über 1100 Sternstaub für einen Fang rausholen. Ich hoffe, die hat jeder gespielt. Ich werde die wahrscheinlich wieder nicht spielen, weil, keine Ahnung, kein Bock. Worauf habe ich aber Bock im Februar? Es gibt jetzt wieder diese schöne Grafik, die habt ihr vielleicht schon gesehen. Die ist gestern schon rumgegangen. Meine Pläne für heute musste ich verwerfen. Ich habe jetzt auch schon eine Umfrage gestartet im Community-Tab. Da könnt ihr ja mal reinschauen, wie es jetzt mit der Woche bei uns weitergeht. Aber jetzt kümmern wir uns mal darum. Das ist alles auf einem Ding. Das ist aber alles sehr klein, dass man da gar nicht so den Überblick hat. Das ist aber alles übersichtlich. Es wird sogar Top-Rate-Stunden geben. Also es wird Top-Rates geben in den Top-Rate-Stunden mit einem Tag am 14. und neues Pokémon und alles. Aber machen wir mal eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt mal hier hin und fangen wir mit dem ersten an. Das Featured-Pokémon ist hier Enamorus. Das ist jetzt hier der englische Name. Das Ding kenne ich nicht. Das sagt ihr, das hat hier irgendwas mit, keine Ahnung, zu tun. Das ist ein Wolkengeist. Ja, wir haben jetzt ja die Wolkengeister drin gehabt, aber in ihren Tierformen. Jetzt kommt ein neuer Wolkengeist, aber nicht in Tierformen, sondern wieder als Wolke. Und der kommt in die Top-Rates oder auch als Elite-Rates bekannt. Ist ja schön und gut. Ich glaube halt nicht, dass das Ding sonderlich krass ist und was kann. Und Elite-Rates, da kannst du wieder nicht einladen. Die sind wieder nur vor Ort möglich. Das ist dasselbe wie Krypto-Rates. Nur, dass die halt an bestimmten Arenen nur getriggert werden können und erscheinen an X-Ray-Arenen. Und manche haben da auch keine. Das ist immer noch so ein Ding, wo die Leute so gespalten sind. Die einen freuen sich und die anderen sagen, sie haben absolut gar keine Möglichkeit, da überhaupt ranzukommen. Ich finde es interessant, mal was Neues im Video zu zeigen. Bin gespannt, wenn ich den irgendwo poste. Muss ich genügend Handys mitnehmen? Vielleicht ist jemand mit am Start und hilft da, dass wir uns das Teil holen. Das ist ja, das sieht irgendwie sehr dämonisch aus. Mit einer Schlange noch um den Hals rum, aber da sind Herzen drauf. Deswegen ist das wohl auch am 14. Februar da, weil da Valentinstag ist. Und dann passt das dazu, okay. Was haben wir ansonsten aber bei Rates? Wenn wir gucken, Rates der Stufe 5. Das ist interessant, die 5er-Rates. Hier ist so viel zu sehen, wie sonst noch nie. Aber fängt erst am 15. Februar an. Was ist denn vom 1. bis zum 15. Februar? Da gibt es keinen 5er-Rate. In dem Sinne. Stattdessen gibt es ihn dir dann. Ansonsten habt ihr ganz kurze Intervalle und alles auf einmal und drin. Aber einen richtig saftigen Februar. Wir haben vom 15. bis 20. Februar Darkrai. Ist stark, ist brutal, ist genial. Gönnt euch Darkrai. Macht da ruhig ein paar Rates. Ich habe damals 663 Rates gebraucht, bis ich meinen 100er-Darkrai hatte auf dem Main-Account. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich auch nur Pokedex-Eintrag holen. Und dann, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht viel Zeit. Gresilja kommt von 20. bis 21. Februar. Also ihr habt das Gefühl, da auch einen Tag Zeit, euch einen Gresilja zu holen. Wenn ihr noch keinen Zappt, ich brauche beim Habanero noch den Pokedex-Eintrag. 21. bis 22. Februar ist das Seentrio da. Selve, Vespret, Tobutz. Vespret ist bei uns. Selve wieder im Asien-Raum. Und Tobutz wieder in Amerika. Ich habe jetzt schon angefangen, mir Münzen zu sparen. Denn an diesem Tag, wo Vespret reinkommt, möchte ich einen Community-Raid machen. Mit Vespret als Video. Und an diesem Tag muss ich unbedingt, aber auch noch Selve und Tobutz irgendwie kriegen. Vielleicht gibt es ja einen aus der Community oder mehrere, die sowieso unterwegs sind. Und mich dann eben einladen können zu Selve und zu Tobutz. Ich brauche nur die Pokedex-Einträge von beiden. Und würde das entweder mit Video wieder festhalten. Das hat ja bei... Bei was war das? Genau, bei den Ultrabästchen letztens hat das ja auch funktioniert. Mit Mosquito, mit Voltrian. Da hat das super funktioniert. Vielleicht ist das hier auch so. Damals war mehr Zeit. Jetzt muss das dann alles an einem Tag kommen. Dafür spare ich gerade ein paar Münzen, statt meinen Beutel zu erweitern, für zwei Fanrate-Pässe. 22. und 23. Februar ist dann Heatran da. Oder Heatran. Heatran. Ja, ist durch seine neue Attacke, die er da hatte, auch mega nützlich gewesen und so eigentlich. Richtig brutal und fett. Ist für mich auch neuer Eintrag. 23. bis 26. Februar. Giratina in der Urform. Habe ich ja immer in der GBL genutzt. Ist auch mega nice. 26. Februar bis 1. März. Dann nochmal Gresselia und Heatran. Dann nochmal Gresselia und Heatran. Also erst einen Tag und dann nochmal 5 Tage. Und dann aber auch noch gleichzeitig und dann noch alles durcheinander. Hm. Finde ich, Gresselia ist ja wirklich nur so ein GBL-Ding. Heatran, den kannst du auch für Raids nutzen. Aber es gibt auch trotzdem wieder bessere Angreifer. Also für mich Highlight, Darkrai und Giratina in der Urform. Was ich sonst mit Raids mache, weiß ich nicht. Im ganzen Februar an den Wochenenden erscheinen schon wieder Krypto-Arctos-Raids. Habe ich mich satt gesehen. Mir hat der Pokédex-Eintrag gereicht. Brauche ich also nicht. Weiter geht es dann mit den Raid-Stunden. Jetzt seht ihr nämlich auch, was das Ding ist. Es gibt keine 5er-Raids bis zum 15. Denn Mega-Latias und Mega-Latios sind da. Es gibt in dem Moment keine Mega-Raids normal. Es gibt keine 5er-Raids normal. Es gibt Mega-Legendäre bis Darkrai kommt. Aber dann halt auch wieder beide gleichzeitig. Da dreht sich auch die Umfrage drum. Ob ich jetzt von jedem wieder einen Community-Raid mache. Wo ich dann gucken muss, dass ich das mit Video zeige, wie ich den besiege und fange und festhalte. Und die Dinger sind so knüppelhart und brutal. Manche Leute gehen zu 20. hin und schaffen es nicht, die zu besiegen. Es kotzt mich jedes Mal an, wenn die in den Raids sind. Die sind dann jetzt aber da. Klar, für die Medaille, für die Mega-Entwicklungen, für jedes einmal entwickeln und für den Pokédex-Eintrag müsste ich beides einmal machen. Beziehungsweise sogar 2- oder 3-mal machen jedes. Damit ich eben die auch entwickeln kann und die Mega-Energie kriege. Trotzdem hat, obwohl die beide gleichzeitig da sind, jeder seine extra Raid-Stunde. Mega-Latias hat direkt am 31. Januar seine Raid-Stunde, Mega-Latias am 7. Februar. Darkrai, Raid-Stunde, 19. Februar mit der Attacke Matschbombe. Nur in der Raid-Stunde ist diese Attacke dann drin auf dem Darkrai. Gresilja, 20. Februar. Strauchler, Selve, 21. Februar. Vesprit, 21. Februar. Turbuts, 21. Februar. Heatran, Lava-Sturm-Attacke, 22. Februar. Giratina mit Schemenkraft am 23. Februar. Das heißt, die ganze Zeit, die ganzen Tage hintereinander sind da 18 bis 19 Uhr Raid-Stunden und jeden Tag ein anderes Pokémon. Das klingt nach einem Traum, das klingt fett, das klingt brutal. Aber das meiste hat man halt schon oder ist dann trotzdem nicht so sehr nützlich oder man hat sich einfach satt gesehen oder kann nicht jeden Tag da stundenlang rumrennen. Am 28. Februar habt ihr nochmal Gresilja und Heatran zusammen in der Raid-Stunde. Okay, da muss man sich wieder aufteilen. Das ist halt wieder, ja, Raid-Mania gibt es ja leider nicht mehr. Top-Raid-Stunden, 14. Februar. Das müsst ihr euch auch merken. Wie gesagt, ist wie Krypto-Raids vor Ort nur möglich. Man kann nicht einladen, das erste Mal in den Top-Raids. Also Kupidos. Kupidos. Es steht jetzt was anderes, als da vorne ist das jetzt der deutsche Name. 14. Februar, 12 bis 13 Uhr. 13 bis 14 Uhr. 17 bis 18 Uhr und 18 bis 19 Uhr. Ihr habt also vier mögliche Termine, wo ihr den dann vielleicht drehen könnt. Das ist jetzt schon wieder anders, als wir es sonst hatten, glaube ich. Aber schauen wir mal, wie das an dem Tag nun wirklich ist. Haben die dann da das Ding jetzt eine Stunde dran? Normal kennen wir es ja bei den Top-Rates, dass das immer nur eine halbe Stunde sitzt. Und dann musst du dich aufteilen, weil da ist es da, da ist es da, da ist es da. Es gab immer drei Termine. Jetzt haben wir vier Termine und immer zwei hintereinander. Sie haben an den Top-Rates also auch schon was geändert. Ist für mich aber wahrscheinlich wieder nur, wie gesagt, Pokédex-Eintrag. Dann die Pokémon Go Tour Sino Global. Wir haben ja mal ein Video drüber gemacht. Am 24. und 25. Februar. Wir wollen ja nach Gera. Wollen die Sino Tour in Gera spielen mit Thomas, Genaya und so, wer da noch Bock hat. Es gibt aber Habitate, die stündlich wechseln. Und je nach Habitat ist dann entweder Dialga normal oder in der Urform drin. Und dann Palkia normal oder in der Urform. Alles kann shiny sein. Ob das nützlich ist, weiß ich nicht. Palkia, Dialga fand ich ja beide gut. Hatte ich auch als Hunderter Dialga immer in der Meisterliga benutzt. Das könnt ihr also dann an dem Sino-Wochenende am 24. und 25. raiden. Dialga, Palkia, beide normal, beide in der Urform. Die Mega-Rates sind unten nochmal extra aufgeschlüsselt. Also 31. Januar bis 15. Februar. Bis dann eben Darkrai kommt, haben wir Mega-Latias, Mega-Latios. Und dann im Zeitraum 15. bis 22. kommt Mega-Ab-Sol. Habe ich noch nicht entwickelt, müsste ich auch einen Raid machen eigentlich. Oh, es ist so viel. Es ist so viel. Will ich mir das auch einmal gönnen. Und vom 22. Februar bis 1. März. Mega-Knack-Rack. Der war damals drin ausgiebig. Man hat da viel gemacht. Von dem habe ich die meiste Mega-Energie gehabt. Kommt jetzt dann auch wieder zurück. Aber da könnt ihr ruhig auch ein paar Raids machen. Ist ja immer sinnvoll. So, das ist das ganze Raid-Gelumse, was wir da haben. Dann kommen wir noch zu den Rampenlichtstunden und den Events. Die Rampenlichtstunden können wir erstmal machen. Immer Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Haben wir hier am 6. Februar Trattini mit doppelten Fang-EP. Wir haben am 13. Februar Somnia mit doppelten Fang-Bonbons. Wir haben am 27. Februar doppelte Tausch-Bonbons mit Sandan und Alola-Sandan. Trattini, Beste. Macht Trattini, gönnt euch Trattini-Bonbons. Die anderen, nee, brauche ich nicht. Hier steht nochmal Eierlei-Zugangsticket. Das kennen wir ja, haben wir ja um 10 Uhr ein Video gemacht und die Events, die anstehen. Am 4. Februar ist erstmal der Community-Day mit Charnera. 14 bis 17 Uhr, Tragzeug eigen. 5. bis 11. Februar ist das Mond-Neujahr. Entfesselte Drachen. Haben wir schon ein Infovideo dazu gemacht. Am 10. Februar, der Go-Kampftag. Gibt es da etwa wieder eine Forschung und eine Top-Lade-TM. Kostenlos. Das wäre richtig cool. Am 11. Februar, der Raid-Tag mit Hisui Silvaro. Da habe ich Bock drauf. Wir haben die zwei anderen jetzt schon gehabt als Raid-Days. Ich habe gesagt, wenn die dann in den Dreier-Raids sind bei der Sino-Tour, muss ja vorher an einem Wochenende mal noch ein Raid-Day sein. Eben mit Silvaro, weil der noch fehlt. Und jetzt ist der da am 11. Februar. Ihr werdet wieder sechs kostenlose Raid-Pässe kriegen. Ihr werdet mit einem Ticket wahrscheinlich dann wieder noch acht zusätzliche kriegen. Da habe ich wieder Bock drauf, einfach eine Raid-Tour zu machen. Da muss ich mich mal daran erinnern, meinen Baldor-Fisch anzulegen. Wenn ich eine Raid-Tour mache, weil der braucht ja zehn Raids, um sich zu entwickeln. Das fehlt mir auch noch auf meinem. 13. bis 15. Februar, Karneval der Liebe. 16. bis 18. Februar, Pokémon Go-Tour, Sino Los Angeles Live-Event. Da werden nicht so viele von euch unterwegs sein. Ich auf jeden Fall nicht. 19. bis 23. Februar, der Weg nach Sino. So, da wollte ich eigentlich auch nochmal ein extra Video machen. Habe ich bis jetzt noch nicht. Muss ich mal gucken, ob wir das noch machen. 24. und 25. Februar, dann die globale Sino-Tour in Gera bei Thomas Rampenlicht-Stunden-Ratini. Beste. Und da habt ihr auch nochmal alles in der Übersicht. Das ist erstmal der Februar. Das ist alles zusammengefasst. Februar, die Raids. Es ist so viel. Es ist so alles auf einmal. Die einen werden sagen, richtig stark, richtig viel Abwechslung, richtig was zu tun. Die anderen werden sagen, ach du meine Fresse, ich habe keinen Bock. Am besten, ich mache Februar einfach Pause. Es ist mir einfach zu viel. Es ist, du willst das eine, dann ist das aber schon wieder weg. Das andere ist da. Du hast die ganze Zeit wieder dieses Gefühl, du verpasst was. Oder du kannst was nicht mitnehmen. Oder du bist total abgehetzt. Dann unten neu, hier neu, da neu, dort, das alles. Und plötzlich nur noch vor Ort. Und nicht mehr mit einladen. Und alles teuer. Und ich weiß nicht. Es fühlt sich alles komisch an. Ich freue mich auf jeden Fall auf Darkrai. Ich freue mich auf Giratina. Ich freue mich auf die Sinotour. Ich freue mich auf die Trattini-Rampenlichtstunde. Ich bin gespannt, was das mit den Top-Rates ist. Ob wir da ein Video hinzimmern können, dass wir wenigstens einen. Damals habe ich, wenn Top-Rates waren, habe ich gesagt, okay, ich mache um 11, ich mache um 14 Uhr. Und ich mache um 17 Uhr jeweils Livestream. Und mache in jedem Stream dann 2, 3 Raids, die ich in der halben Stunde eben schaffe. Und dann zeige ich meinen Ausbau. Ich habe alles mitgenommen. Jetzt Free-to-Play. Habanero. Ein Raid. Ein Pokédex-Eintrag. Fertig. Es ist halt alles anders. Es ist ruhiger. Aber ihr seht, wenn du voll Gas gibst, du drehst komplett durch. Sei froh, dass du von jedem nur eins brauchst. Anstatt, dass du jedes jetzt versuchst als Hunderter zu kriegen und 10 Millionen Euro auszugeben. Freut ihr euch auf den Februar? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und stimmt im Community. Tapp mal bitte ab. Und jetzt muss ich auch noch posten, was das Maskottchen für ein Februar eigentlich sein soll. Anhand von der Februar-Übersicht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wo ist denn jetzt das Ding? Ich habe es verloren. Nein, hier drüben ist es. Ciao.